Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, waftar al-Solati wa tamu taslimu ala Sayyidina Muhammadin wa ala Alihi wa Ashabihi ajma'in. Allahumma alimna ma ya anfa'na wa anfa'na bima alamtena wa zidna ilman ya akram al-Akramin amma ba'd. Wir sind heute, insha'Allah, mit unserer sechsten Folge Ahkam al-Mim und das ist eben die zweite Regel von Ahkam al-Mim. Die zweite Regel ist Al-Idram al-Shafawi. Al-Idram al-Shafawi ist, wenn ein Mim Sakin da ist und danach ein Mim ist, also Shedda wird. Und wie beim Idram al-Nun, vom Nun, werden wir hier auch ein wenig stehen bleiben und es verschmelzt, sozusagen. Kommen wir zu dem Beispiel. Der Mim und Mim wurde zu einem Shedda und wir bleiben dort ein bisschen stehen. Und genauso beim nächsten. Und somit sind wir mit unserer Folge zu Ende. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Und somit sind wir mit unserer Folge. Undобр